Ich soll glauben, dass ein gutaussehender, weißgereichter Mann wie ihr sich mit einem einfachen Mädchen aufs Hardland zu fliegen geht. Einfach ist nicht das, was ich mich nicht beschreiben würde erinnern. Wollen wir die ganze Nacht hier draußen warten? Ich weiß, das ist sicherlich leicht für dich, wieder vorzustellen zu wissen, was da von 40 geht. Aber wenn du umsiedert, dann kannst du immer schaden. Das leuchtet nicht von meiner Runde. Wie der verfügbare Mann ist auf der Seite. Ich werde ihm reden, dass er nicht erinnert. Erinnert mich nicht um die Kamera. Ihr seid hier nicht zu Hause. Eines Tages werdet ihr gehen. Ist das etwa deine Sorgen? Ich habe um einen traurten Versuchung vor Ort abgesichert. Ich habe mich in dieser Bezauber nicht verletzt. Ich habe' mich in dieser Bezauber. Sehr gut. Spiri! im der ein mache meine eben so immer in ich will ich Das war lange genug. Richard. Richard. Chase? Ich kann es nicht glauben. Was tut mir hier? Seid ihr... Nein. Wir versuchen nur, um nachher zu bleiben. Reden, ich verstehe nicht, warum. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir wissen, der Schnappkater ist doch dran. Willst du mir nachspionieren? Richard, es ist nicht so, wie du denkst. Nein, du schuldest mir. Keine Erklärung. Diese Dachaner sind gefährlich. Ich weiß, aus diesem Grund versuche ich ihm nahe zu kommen. Mein Bruder ist verschwunden. Ich habe ihn seit Monaten nicht mehr gesehen. Gerüchte besagen, dass die da heraner Menschen entfüllen, um sich zwingend Wolf an ihn auszutreten. Jeff sucht ebenfalls nach seiner Familie. Das tut mir leid. Was hat seine Armini mit meiner Frau und den Kindern vor? Jenna, es wäre besser, du gehst. Wir werden uns den Stadtteil jetzt eine Weile zur Brust nehmen. Das geht nicht. Ich habe ihn vorhin mit der Lernerkropfen betreut. Er ist die nächsten Stunden bewusstlos.